Hallo und herzlich willkommen bei Motorform. Es ist soweit, ich gebe meinen Mercedes EQC 400 nach zwei Jahren zurück. Zwei Jahre. Zwei Jahre Erfahrung mit diesem Modell, zwei Jahre tägliche Nutzung, zwei Jahre Testen aller Features. Was sind die guten und was sind die schlechten Seiten an diesem Modell? Und eignet er sich als guter elektrischer Gebrauchtwagen? Viel Spaß dabei! Der Mercedes EQC 400 bzw. EQC war der erste vollelektrische Mercedes-Benz. Er basiert auf der Verbrennerplattform des Mercedes GLC. Er ist damit, zumindest für Mercedes-Verhältnisse, eher ein Kompakt-SUV. Die Länge von 1,76 m und die Breite von 1,88 m haben sich im Alltag eigentlich als ziemlich ideal herausgestellt. Auch hat er eine angenehme Höhe von ca. 1,60 m. Das ist perfekt zum Ein- und Aussteigen und macht auch keinerlei Probleme bei Parkhäusern. Manche Parkhäuser, z.B. in Berlin, sind auf 1,80 m begrenzt. Da kommt man immer locker rein. Natürlich ist der Innenraum nicht so üppig wie bei einem Mercedes GLE oder einem Audi Q7, aber dafür ist er relativ wendig. Der Wendekreis von 11,40 m hat sich im Alltag eigentlich auch als ziemlich gut erwiesen. Man kommt mit dem EQC überall gut rein, überall gut hin. Parkhäuser, enge Parklücken ist für den Wagen absolut kein Problem. Ein kleiner Nachteil ist die Verbrennerplattform, weil irgendwie ist bei dem Wagen alles etwas nach oben gerutscht durch die Batterie logischerweise. Dadurch haben wir eine relativ hohe Türverkleidung. Und wenn man jetzt mal ein Ticket irgendwo in den Parkautomaten schieben muss, man muss hier schon den Arm relativ weit hochheben. Ich bin meinem Alter entsprechend mit 1,84 m jetzt nicht ganz klein und trotzdem fällt mir das schon negativ auf. Ja, ich könnte natürlich den Sitz ein bisschen höher stellen. Dann ist allerdings die Fahrweise und die ganze Sitzergonomie nicht mehr ideal und nicht bequem. Also lasse ich es so und dann fällt mir halt auf, dass die Kante hier sehr hoch ist. Die Verarbeitung ist insgesamt eigentlich ganz gut. Ja, sie ist nicht auf Oberklassenniveau. Das ist ja der EQC eigentlich auch nicht, trotz seiner 70.000 Euro Basispreis. Man findet hier und da schon mal Plastikteile. Natürlich typische Klavierlackoptik, das ist natürlich auch alles auf Kunststoff basiert. Klar, hier unten hat man dann schon ein bisschen Hartplastik. Ich finde aber, es geht noch. Dadurch, dass das Display eine durchgehende Glasscheibe ist, wirkt es wiederum hochwertig. Sehr, sehr schön finde ich hier diese optische Lösung. Man hat also diese höhere Türverkleidung hineinfließen lassen in einen Absatz rund um das Armaturenbrett, um das Armaturenbrett selbst wieder flacher gestalten zu können. Und um das optisch ein bisschen aufzufangen, hat man hier diese Riffeloptik eingebracht. Die finde ich richtig super. Das erinnert mich so ein bisschen an die Tante Ju, Ju 52, das gute alte Propellerflugzeug von Junkers, das man heute noch im Technikmuseum bewundern kann. Und dieses gefaltete Blech, das erinnert mich hier so ein bisschen. Also es hat für mich so ein bisschen Art Deko-Optik. Ich will jetzt nicht hysterisch werden, aber ja, das findet sich dann, das gleitet hier so über in diese gebrushte Aluminiumflanke, wo dann die sehr schön gemachte Sitzverstellung mit den Memory-Tasten ist. Die Sitzheizung in drei Stufen. Hier wäre eine Sitzbelüftung, wenn der Wagen sowas hätte. Auch die Fensterheber-Schalter sind in Metalloptik. Finde ich super. Hier ist Kunstleder. Der Wagen hat eine kombinierte Alcantara-Kunstlederausstattung. Ja, ich bin natürlich zunächst einmal auch immer ein Fan von echtem Leder. Aber natürlich Nachhaltigkeitsgedanke etc. Wir kommen langsam davon weg. Und deswegen finde ich hier die Kombination nach Leder aussehendem Kunstleder mit Alcantara eigentlich ganz gut. Insgesamt finde ich das Design gar nicht mal unmodern. Durch den heute bei fast allen Marken zu finden durchgehenden Instrumententräger, hier in Form von einer Glasscheibe mit zwei großen Displays, wirkt das eigentlich für ein Modell, was immerhin schon 2019 auf den Markt kam, recht modern. Wir haben alles auf einer Ebene. Wir haben alle Displayeinheiten zusammengefasst, brauchen deswegen in der Mitte hier nichts. Hier in der Mitte haben wir noch klassische Schalter. Und ich bin auch so jemand über Ü50, der solche haptischen Tasten schön findet. Man kann sie beim Fahren ohne hinzuschauen ertasten. Und wenn man ein bisschen Übung hat, findet man sofort die richtige Taste. Kälter, wärmer, geht simpel. Man findet sofort die Frosteinstellungen, die Menü-Taste. Hier unten sind noch der Dynamik-Schalter für die verschiedenen Fahrmodi. Laut Leiser als Rolle funktioniert auch sehr schön und ist auch in Metalloptik, finde ich haptisch sehr gut gemacht. Finde ich heute auch immer noch irgendwie modern, weil manche Hersteller gehen ja auch wieder ein bisschen zurück und machen wieder ein paar mehr Tasten, weil diese komplett tastenlose Bedienung aller Tesla hat eben auch seine Nachteile. Zudem ist alles natürlich auch sprachsteuerbar. Mit dem klassischen Hey Mercedes kann man hier sämtliche Funktionen und sämtliche Informationen abrufen. Das funktioniert auch zuverlässig, habe selten mal den Satz, das habe ich nicht verstanden, als Antwort bekommen. Man kann sich an diese Sprachsteuerung wirklich sehr gut gewöhnen und eigentlich ist es auch ein Gewinn. Diese Eingabeform sollte man sich eigentlich nicht verschließen, weil das ist wirklich, wirklich Komfort. Zu sagen, bitte zwei Grad Wärme einstellen oder Sitzheizung einstellen oder den richtigen Radiosender einfach zuzurufen und der findet ihn sofort. Das ist eine super Sache. Das alles funktioniert wirklich perfekt mit diesem Mercedes M-Book System, was ja im Prinzip in unveränderter Form bei den aktuellen Modellen EQE, EQE SUV und so weiter auch verwendet wird. Mein Highlight bei diesem Auto ist natürlich der Antrieb. Es sind für heutige Verhältnisse nur 400 PS verteilt auf zwei Motoren. Aber der spontane Antritt von diesem EQC mit den 400 PS ist immer noch beeindruckend. Selbst nach zwei Jahren finde ich es immer noch absolut beeindruckend, wie man in den Sitz gedrückt wird. Gerade auf den ersten 50 Metern, der schießt halt los, wenn man das Gaspedal drückt. Und das Gaspedal ist sehr sensibel. Ich merke es gerade im Vergleich zum Audi, was eher eine weiche Auslegung des Fahrpedals hat. Da kommt also der eigentliche Punch erst, wenn man das Pedal schon ein bisschen runtergedrückt hat. Hier bei Mercedes ist es wirklich auf den ersten Millimetern. Und da erschreckt man eigentlich am Anfang schon fast ein bisschen. Und jetzt, wo ich ein paar Tage lang Audi gefahren bin, erschrecke ich fast wieder, weil der wirklich sofort on point ist. Und das ist schon super. Man braucht dazu auch gar keinen Boost-Modus. Der Mercedes hat es immer parat. Die Leistung liegt immer an. Man kann sie jederzeit abrufen. Auch viele Male hintereinander. Ich habe da keinen Leistungsabfall entdecken können. Das ist wirklich schon beeindruckend. Und vor allen Dingen habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren auch nicht feststellen können, dass die Leistung abnimmt. Und ich habe auch nicht feststellen können, dass die Reichweite abgenommen hat. Fast im Gegenteil. Also das hat natürlich immer mit den Temperaturen zu tun. Aber jetzt diesen Sommer habe ich oft im Display 430, 440 Kilometer Reichweite gelesen. Und man kommt dann wirklich mit dem Auto bei, sage ich mal, 20 Grad im Landstraßen- und Stadtmix, sage ich mal, gut 400 Kilometer weit. Das finde ich nicht schlecht für ein Auto, was von der Konstruktion her schon vier Jahre alt ist. Auf der Autobahn sind es dann bei, sage ich mal, üblichem Tempo 110 bis 140 kmh, oft getestet, etwa 300 Kilometer. Dann hat man immer noch 10% Restreichweite, 10% Puffer und 300 Kilometer. Mir hat es eigentlich immer genügt. Ich bin allerdings auch jetzt kein Handlungsreisender, der ständig unterwegs ist und ständig viele Kilometer schrubbt. Ich fahre etwa 15.000 Kilometer pro Jahr und habe typische Strecken von 10 bis 100 Kilometer am Stück. Und da komme ich mit 300 bis 400 Kilometer Reichweite absolut super hin. Und da ich die letzten 30.000 Kilometer jetzt nicht ständig weite Strecken gefahren bin, stört es mich auch nicht so sehr, dass der EQC jetzt nicht unbedingt ein Meister des Schnellladens ist. Da merkt man ihm das Alter dann schon ein bisschen an. Also der Peak, die Spitze liegt so bei 100 Kilowatt. Ja, das ist für heute Verhältnisse eher mau, zumal die Ladekurve jetzt auch nicht so beeindruckend ist. Die 100 kW liegen also am Anfang gerade nochmal an bei 10 bis 20 Prozent. Danach geht es dann relativ schnell auf 80, 75 und dann immer weiter. Wir kommen dann also irgendwann mal bei 80 Prozent Ladestatus, glaube ich so bei 45 kW an. Das ist natürlich schon schwach, sodass ich in Erfahrung für einen Haltestopp an der Autobahn von 10 bis 80 Prozent schon immer so 45 Minuten einplanen musste. Das ist schon 15 bis 20 Minuten langsamer als moderne Autos. Ja, das muss man wissen. Wie gesagt, mich hat es nie gestört, weil ich bin in den letzten zwei Jahren, in denen ich dieses Auto bewegt habe, glaube ich vier oder fünf weitere Reisen gefahren. Ich bin mal in Tschechien gewesen, unten bei Budweiss, musste zweimal zwischenladen. Ja, ist nicht perfekt, aber gut, zweimal auf 45 Minuten. Das eine ist ein erweiterter Notdurftstopp und das andere ist halt ein Mittagessen oder ein kleiner Snackstopp. Kann man machen. An der heimischen Wallbox lädt er mit 11 kW. Das heißt, wenn man den Wagen wirklich richtig leer fährt, braucht man ca. 8 Stunden, um den Wagen wieder komplett vollzuladen. Einen 22 kW Netzteil gab es für den EQC nie. Gab es nie? Ja, der EQC mit der Baureihennummer N293, der wird eingestellt und bekommt einen Nachfolger. Ja, weiß jetzt nicht, wie der heißen wird, ob er auch wieder EQC heißt oder ob er einen anderen Namen bekommt. Lassen wir uns überraschen. Der Anschluss für das Laden ist übrigens hinten rechts, weil das ist ja eine Verbrennerplattform noch. Und das heißt, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei einem Tankstutzen hinten rechts, klassisch bei Mercedes-Benz. Für mich war es immer super, weil ich habe hier eine Parksituation an meiner Ladesäule, wo sich meine Wallbox praktisch genau hinten rechts befindet. Also ich habe den kürzesten Weg. Das ist schon perfekt. Für den anderen mag vorne, wie bei den Audi e-tron Modellen, interessanter sein. Ich fand es hinten rechts immer ganz gut. Wie sieht es mit den Fahrregenschaften aus? Über die Beschleunigung haben wir schon gesprochen. Warum? Der Wagen ist recht schwer. Klar, alle E-SUVs sind recht schwer und der Mercedes macht da bei weitem keine Ausnahme. Trotz seiner relativ kompakten Maße. Man merkt es, wie gesagt, bei der Beschleunigung überhaupt nicht. Also da geht richtig was. Aber man merkt es beim Verzögern. Das mag aber auch ein bisschen an der weichen Bremse liegen, an der Bremseinstellung. Ich muss sagen, ich bin in den letzten zwei Jahren nie so richtig warm geworden mit dieser Bremse. Ich empfinde sie als zu weich, zu spät, zu gefühllos. Also wenn mir irgendwas an dem Wagen am wenigsten gefallen hat, dann war es die Bremse. Auch wenn der offiziell gemessene Bremsweg mit 35 Metern völlig in Ordnung ist. Aber trotzdem irgendwie, ich finde sie etwas gefühllos. Das Abrollverhalten, das EQC ist eher weicher ausgelegt. Das merkt man auch in Kurven. Er schwankt jetzt nicht so wahnsinnig, aber das liegt natürlich auch daran, dass der Schwerpunkt recht weit unten liegt, wie bei allen Elektroautos. Aber man merkt, dass er halt weicher ist und dass jetzt Kurvenräuber nicht unbedingt seine Disziplinen sind, was auch völlig okay ist. Man hat nie ein unsicheres Gefühl bei dem Auto. Also fährt sich komfortabel, fährt sich souverän. Mit der Leistung kommt man überall aus jeder Situation super raus. Und man kann den Wagen auch sehr präzise fahren. Dieser EQC hier ist mit einer elektrisch ausfahrbaren Anhängerkupplung ausgerüstet. Das war mir wichtig, weil ich eben einen Anhänger besitze. Naja, die Anhängelast sind nur 1,8 Tonnen, ist halt auch relativ typisch für Elektroautos. Mein Anhänger wiegt 600 Kilo, das heißt, ich konnte da noch 1,2 Tonnen draufpacken. Das reicht für einen Fiat 500, aber natürlich nicht mehr für einen SL. Ist ein bisschen schade, da passiert sicherlich in Zukunft noch eine ganze Menge. Aber im Moment ist es halt einfach so, dass die Reichweite dramatisch abnimmt, wenn man einen Anhänger hinten dran hat. Und ich habe das auch schon irgendwie bemerkt, selbst wenn der Anhänger leer war, als ob der Wagen spürt, aha, da ist ein Anhänger dran, also reduziere ich die Reichweite. Mit Last aber nochmal mehr. Und wenn man jetzt da 2,5 Tonnen ranhängen könnte, dann würde man wahrscheinlich keine 100 Kilometer weit kommen. Ich hatte den Eindruck, ich habe mit Anhänger noch so eine Reichweite von knapp unter 200 Kilometern. Was natürlich nicht so doll ist. Wenn man schon mal einen Anhänger dran hat, will man meistens eine längere Strecke fahren. Und dann sind natürlich 200 Kilometer Limit nichts. Was gibt es noch zu sagen über den EQC? Also vielleicht mal generell Mercedes, die Mercedes-App. Die ist wirklich im Verhältnis gerade zu Audi, ist die wirklich super. Da kann man auch noch Sachen verbessern. Aber ich finde vieles bei Mercedes in der App wirklich gut gelöst. Und mein Highlight da ist die Steuerung der Komfortklimatisierung. Und zwar die Eingabe des Wochenprofils. Man kann also ein Profil eingeben. Da steht dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Klimatisierung um 9 Uhr und um 17 Uhr. Am Freitag von 8 bis 13 Uhr. Wochenende kann man noch eingehen, wie man will. Nach Lust und Laune. Und das bedeutet dann natürlich, dass der Wagen im Winter immer morgens, wenn man zur Arbeit fährt, schön eisfrei und vorgewärmt ist und im Sommer eben schön kühl. Und abends, wenn man wieder zurückkommt aus dem Büro und in den Wagen steigt, genau das Gleiche. Und ich finde, so muss es sein. Ich verstehe nicht so ganz, warum Audi das nicht so gemacht hat. Bei Audi kann ich maximal zwei Termine vorwählen. Und das sind nur Einzeltermine. Also ich kann sagen, ja, morgen um 9 Uhr und morgen um 17 Uhr. Und dann muss ich für den Tag drauf aber schon wieder neu eingeben. Also, falls hier irgendein Audi-Software-Entwickler zuschaut, bitte, bitte ändern. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ich habe mir die App wirklich gewissenhaft angeschaut. Vielleicht sollte ich auch selber noch YouTube-Tutorials mir anschauen. Weil ich, also ich habe es weder über das Audi-Onboard-System noch über die App geschafft, da mehr Termin oder gar ein Wochenprofil einzugeben. Und das verstehe ich nicht. Das ist so eine wichtige und einfache Sache. Und die Komfort-Klimatisierung, dass der Wagen immer zu den wichtigsten Zeiten die perfekte Temperatur hat. Das ist ja gerade eins der Highlights eines Elektroautos. Gibt es natürlich auch beim Verbrenner. Nur beim Verbrenner hat man den Nachteil, dass das natürlich zu Lasten der Starter-Batterie geht. Beim Elektroauto ist es wurscht. Ich habe eine Hochvolt-Batterie. Na und? Dann lass doch ein halbes Prozent weniger Reichweite sein. Interessiert doch niemanden. Aber ich habe immer ein perfekt temperiertes Auto. Das ist fantastisch. Wenn ich zum Beispiel auch Einkäufe noch hinten drin habe oder was. Und ich bin jetzt noch eine halbe Stunde aus dem Auto raus. Ich kann natürlich auch eine Sofort-Klimatisierung einschalten. Das kann ich beim Audi auch machen. Und dann hat der Wagen innen halt eine perfekte Klimatisierung. Ich muss dazu aber nicht einen Verbrenner laufen lassen und die Umwelt schädigen oder mir den Groll der Passanten zuziehen. Nee, das ist eben einfach batterieelektrisch. Herrlich. Es ist mit der tollsten Gründer ein E-Auto zu fahren eigentlich. Also Audi, da bitte nachbessern und die App mit einem Wochenprofil für die Komfort-Klimatisierung ausstatten. Das wäre toll. Ich habe leider auch bei den Add-ons nichts gefunden, wo ich da was dazu buchen kann oder so, dass man das machen kann. Würde ich auch für bezahlen, wenn es nicht zu teuer ist. Ein ganz wichtiges Feature, was sowohl der Mercedes als auch Audi haben, sind die Lenkradwippen. Die Lenkradwippen dienen hier natürlich nicht als Gangschaltung, sondern zur Einstellung der Rekuperation. Rechts kann man sie etwas lösen. Links kann man sie etwas verstärken. Das geht insgesamt in drei Stufen. Entweder Stufe 1 Rekuperation, leichtes Abbremsen, Stufe 2 Rekuperation, starkes Abstufen oder eben keine Rekuperation, der Segelmodus. Das heißt, der Wagen rollt schier endlos. Man kann den Wagen laufen lassen, laufen lassen. Der rollt einfach und das spart natürlich auch gleichzeitig wieder ein bisschen Strom. Er rekuperiert dann nicht, aber auf der Autobahn macht es auch keinen Sinn, den Wagen ständig rekuperieren zu lassen und dann wieder konstant auf dem Gas zu stehen. Wenn man jetzt merkt, man fährt über eine Kuppe und da ist jetzt eine große Senke ins Tal. Einfach die Rekuperation komplett lösen und dann rollt der Wagen von selbst. Kommt dann eine Geschwindigkeitsbegrenzung, zum Beispiel von 120 auf 100, reicht zum Beispiel die Rekuperationsstufe 1 einfach reinzumachen. Man braucht gar nicht zu bremsen und dann verzögert der Wagen automatisch, bis man die 100 erreicht hat und dann kann man es wieder lösen oder drin lassen, je nachdem. Ich habe es immer total geliebt, mit diesen Rekuperationspaddles rumzuspielen und teilweise habe ich eine halbe Stunde, Stunde nicht einmal das Bremspedal nutzen müssen, sondern habe alles mit der Rekuperation gemacht und dem Gaspedal. Das ist einfach klasse und das geht so in Fleisch und Blut über und ich würde mich stören daran, ein Auto zu fahren, wo man am Display unten vorwählen muss, welche Rekuperationsstufe man jetzt in den nächsten zwei Stunden nutzen möchte. Ich will das individuell, je nach Situation, je nach Fahrsituation einstellen. Natürlich, den Fuß habe ich eh am Gas und habe den immer bereit, immer bremsbereit. Bremsbereit ist auch noch so ein Thema. Wenn ich zum Beispiel nachts nach Hause komme und seit zwei Jahren oder fast drei Jahren wohne ich ja eher ländlich, das heißt, ich muss durch ein großes Waldstück durch, da ist gelegentlich auch mal Wildwechsel. Was mache ich dann? Ich stelle grundsätzlich die stärkste Rekuperationsstufe ein, weil mir das zusätzliche Reaktionszeit bringt. Also nehmen wir an, ich fahre jetzt dann mit 100 oder 80 durch die Straße, durch den Wald und plötzlich springt mir was vor die Schnauze und ich gehe jetzt vom Gas runter und knalle in die Bremse. In dem Augenblick, wo ich meinen Fuß runternehme und auf dem Weg bin, in diesem Bruchteil einer Sekunde, auf dem Weg bin zum Bremspedal, bremst das Auto ja bereits, weil die Rekuperation noch voll zur Stufe eingestellt ist. Das heißt, er merkt ja in dem Augenblick, wo der Fahrer vom Fahrpedal geht, bremst er es schon. Das spart mir Meter, bis ich dann in dem Bruchteil einer Sekunde das Bremspedal erreicht habe und voll durchtrete. Und das ist eine zusätzliche Sicherheit. Finde ich total super. Benutze ich immer, immer nachts, Wald, Wildgefahr, volle Rekuperation. Ich hoffe, dass man das auf dem Video hören kann oder eben nicht hören kann. Der Wagen ist wirklich sehr schön leise. Die Elektromotoren halten sich schön zurück und sind nicht so präsent eben bei der Vorausfahrt. Bei der Rückwärtsfahrt gibt es halt so ein akustisches Signal, Bing, 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 damit Passanten gewarnt werden. Nach vorne gibt es gar nichts, gar kein Geräusch. Man hört die Elektromotoren so ein bisschen, aber deutlich leiser als bei anderen Fahrzeugen. Es gibt auch kein Wimmern oder Heulen wie bei Tesla oder andere Brummgeräusche. Gar nichts. Es ist sehr schön leise. Man hört ein bisschen die Reifen abrollen und man hört ganz leichtes Sirren. Aber nicht so ein Pfeifen, nicht so ein Turbinenartiges Pfeifen. Achtung, hoppla, hier kommt ein Elektrofahrzeug, sondern nur so ein leichtes Sirren. Finde ich sehr, sehr angenehm. So, wir sind im S-Modus. Das hatte ich ja gerade schon eingeschaltet. Wir können jetzt nochmal so ein bisschen zwischenbeschleunigen. Ich hoffe, dass die Kamera heften bleibt. Los geht's. Also da passiert schon ganz ordentlich was. Das wird die meisten Leute dann schon ziemlich kalt erwischen. Es sei denn, da sind irgendwelche Tesla Plate Piloten dabei. Die haben dafür ja sicherlich nur ein müdes Lächeln übrig. Aber ansonsten ist das schon ein ziemlicher Tritt ins Kreuz. Der Wagen ist natürlich mit einem Spurhalteassistenten ausgerüstet. Das heißt, wenn ich hier so ein bisschen auf die Mittellinie fahre, dann gibt er mir ein Feedback im Lenkrad in Form eines Vibrierens, was so ein bisschen Unebenheit des Bodens suggerieren soll. Funktioniert auch ganz gut. Manchmal ist es ein bisschen nervig. Dafür muss man sagen, was bei Mercedes besser gelöst ist als bei Audi, ist die Sensibilität der Außensensoren. Das heißt, wenn ich irgendwo nahe an einen, zum Beispiel an einen Schrank heranfahre, an einen Parkscheinautomaten, um ein Ticket zu ziehen. Ich muss ja da ein bisschen näher heranfahren. Aber ich bin daneben. Ich bin weit weg davon, mit dem Automaten zu kollidieren. Dann fängt also bei Audi schon ein Riesenkonzert an. Das ist ein bisschen nervig. Hier ist es relativ entspannt. Natürlich hat er ähnliche Töne, aber die kommen sehr viel später. Die sind sehr viel eleganter eingestellt und kommen nur dann zum Tragen, wenn wir wirklich auf Kollisionskurs sind, wenn es wirklich brenzlig wird. Ansonsten halten die sich dezent im Hintergrund. Das ist ganz schön. Ich hatte früher, drei Jahre lang, einen Audi SQ7 und da war ich das gleiche Spiel. Ich hatte das so ein bisschen verdrängt, aber das ist bei Audi immer noch so. Etwas zu sensibel. So, hier bremse ich jetzt nur mit der Schaltwippe. Ich bin überhaupt nicht auf der Bremse. Und weiter geht's. So schlägt man halt zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits rekuperiert man und führt der Batterie also wieder Strom hinzu. Und auf der anderen Seite schont man die Bremsbeläge und die Bremsscheiben. Über die Reichweite haben wir schon gesprochen. Über den Verbrauch noch nicht so richtig. Was ja natürlich trotzdem eng miteinander zusammenhängt, wenn man sich ausrechnen kann. Ich weiß nicht, der Akku hat hier irgendwas um 80, 85 Kilowattstunden oder so netto. Der verbraucht halt immer so roundabout 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Heißt, man kommt eben im Idealfall 400 Kilometer weit. Und wenn man eben auf der Autobahn bei 130 im Durchschnitt dann bei 23, 24 Kilowattstunden pro 100 Kilometer liegt, dann kommt man eben nur gute 300 Kilometer weit. Am wenigsten verbraucht er natürlich in der Stadt, weil wir das ständig rekuperieren, ständig vom Gas gehen, ständig bremsen, er ständig wieder Power in den Akku reinlädt. Und das ist eben genau konträr zu einem Verbrenner, ist eben der Verbrauch in der Stadt am geringsten. Zwar muss das Fahrzeug auch ständig beschleunigen, aber es holt sich die verbrauchte Energie dann eben in Form von Rekuperation auch wieder zurück. An der nächsten Ampel. Die Kosten. Jo, der EQC ist nicht gerade billig. Naja, willkommen bei Mercedes-Benz. Geht glaube ich los bei 69.000 Euro, roundabout. Aber wenn man den hier ein bisschen ausstatten will, mit den Assistenzsystemen und so weiter, ist man schon schnell bei 80.000 Euro. Der hier hat jetzt hier noch so eine AMG-Line. Ich habe mir den damals nicht selber konfiguriert. Ist ein Abonnementsystem, wie gesagt. Und der war so fertig. Ich bin froh gewesen, 2021 überhaupt noch irgendein Auto zu bekommen, denn es gab eigentlich nichts mehr. Und der Wagen ist mir dann von Mercedes gerade noch zur Verfügung gestellt worden, als ein Auto, was eigentlich in den Verkauf sollte. Und dann ist es übertragen worden ins Abosystem und dann konnte ich den abonnieren für einen sehr passablen Preis. Hat die letzten zwei Jahre 899 Euro inklusive Mehrwertsteuer gekostet. Inklusive logischerweise Versicherungen und so weiter mit einer Jahreslaufleistung von 15.000 Kilometer. War ein guter Preis. Ich wollte den auch verlängern, weil ich mich an das Auto gewöhnt hatte und jetzt nicht so richtig wusste, was mache ich. Und hatte mir Audis angesehen, habe aber von Audi bis zu dem Zeitpunkt kein gutes Angebot bekommen. Hatte mir den SQ8 angesehen, aber die Preise waren einfach, Entschuldigung, die waren abartig. Aber es liegt natürlich auch an der weggefallenen Förderung, klar. Da sind alle Elektroautos in dem Premium-Segment sehr viel teurer geworden. Also waren Verlängern von dem Wagen nicht möglich und deswegen endet die Fahrt morgen. Ich hatte den Wagen damals funkelnagelneu bekommen. Der hatte unter 20 Kilometer auf der Uhr, also nur die Überführungskilometer sozusagen. Und der hat jetzt nach zwei Jahren nahe 30.000 Kilometer auf der Uhr. Gebraucht kostet so ein Mercedes EQC mit ca. 30.000 Kilometer, wie er hier steht, ab 40.000, 45.000 Euro. Na klar, dafür kriegt man auch schon einen nagelneuen Tesla. Aber ich bin nicht so ein Tesla-Fan und deswegen finde ich das Angebot eigentlich okay. Denn ich habe in den letzten zwei Jahren null Probleme gehabt mit dem Auto. Keine Pannen natürlich, keine technischen Probleme, keine unvorhergesehenen Werkstattaufenthalte. Es war alles immer perfekt in Ordnung. Das muss man auch sehen und die Verarbeitung scheint also zu stimmen auf technischer Seite. Und auch so war ich immer zufrieden mit dem EQC und würde den auch heute noch weiterfahren, wenn das Abonnement nicht nach zwei Jahren automatisch ausgelaufen wäre und für mich nicht verlängerbar gewesen wäre. War leider nicht möglich, deswegen musste ich ein sehr gutes Angebot von Audi annehmen. Tut mir sehr leid, wäre den EQC auch noch weitergefahren. Klar, man merkt ihn ein bisschen die Jahre an, aber er kann heute immer noch in meinen Augen mit aktuellen E-Autos mithalten, macht immer noch eine gute Figur und macht einen Höllenspaß zu fahren. Ich hoffe, mein kleiner Erfahrungsbericht hat ein paar neue Erkenntnisse gebracht, denen, die sich für ein gebrauchtes E-Auto interessieren, insbesondere für den EQC. Vielleicht war es eine kleine Hilfe. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen und gerne auch ein Abonnement dalassen, unten anklicken, auf Abonnieren kostenlos, weicher jeder. Das hilft mir sehr. Da bleibt mir heute auch wieder nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer viel Spaß mit schönen Fahrzeugen.